Willkommen zu einem kurzen Video, wie Sie das Text-Overlay in IQView anpassen. Öffnen Sie das Overlay-Mapping-Skript. Dafür navigieren Sie zu This PC, dann zum Laufwerk C, dann weiter zu Programm Data, IQView und dort auf auf das Overlay-Mapping-Skript. Öffnen Sie dieses. Hier können Sie nun das Text-Overlay anpassen. Jedoch können Sie hier keine weiteren Zeilen hinzufügen, aber Einträge ersetzen, indem Sie die DICOM-Tags austauschen. Das Text-Overlay ist in unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt. Hier finden Sie die Einträge, die auf alle Modalitäten angewendet werden. Weiter unten finden Sie dann die Einträge spezifisch für die Modalität. Hier ein Beispiel, wir möchten in allen Bildern unabhängig von der Modalität die Patientenorientierung anzeigen lassen. Diese hat den DICOM-Tag 0020-0020. Nun nehmen wir uns den Ort, an dem wir uns diese anzeigen lassen möchten. Zum Beispiel. In der Mitte unten im Bild. Dort können wir uns nun überlegen, ob wir den Institutionsname oder den überweisenden Arzt ersetzen wollen. Nehmen wir mal den überweisenden Arzt. Dann nehmen wir das REF weg und tragen unseren DICOM-Tag dort ein. Nun wird dort statt den Überweiser die Patientenorientierung angezeigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne an unseren Support unter support-at-image-systems.biz. Vielen Dank. Vielen Dank.